Wisst ihr, um im Trading erfolgreich zu sein, reicht es nicht aus, das Wissen zu haben, einen Tradingplan, sich selbst beherrschen zu können. Trading ist wirklich täglicher Hochleistungssport für das Gehirn. Wenn du an den Märkten bist, dann hast du ständige Reize, die Märkte bewegen sich ständig und du könntest theoretisch jederzeit einsteigen oder reagieren. Du musst wirklich in der Lage sein, rationale Entscheidungen zu treffen. Und dafür musst du körperlich und auch geistig komplett fit sein. Deswegen sage ich auch, es reicht nicht aus, nur das Wissen zu haben. Wenn du aber körperlich, geistig überhaupt nicht fit bist, keine kleinen Entscheidungen treffen kannst, dich gar nicht konzentrieren kannst, dann bringt dir das alles nichts. Und ich habe tägliche Routinen, die mir dabei helfen, wirklich tagtäglich an den Märkten abliefern zu können, damit ich wirklich in der Lage bin, rationale Entscheidungen zu treffen. Und das sind Routinen, die sich über den gesamten Tag verteilt ziehen. Und deswegen möchte ich das einfach mal mit dir teilen und das chronologisch durchgehen. Du kannst ein paar Sachen gerne adaptieren, auch mal gerne genauso testen und mir dann auch mal berichten. Du kannst mir auf Instagram schreiben, wie es dir persönlich hilft. Denn ich habe sehr, sehr viel getestet an Routinen und verschiedensten Sachen. Und deswegen teile ich einfach mal, was mir wirklich am meisten hilft, was ich auf tagtäglicher Ebene mache. Eine Sache, die ich morgens immer direkt nach dem Aufstehen mache, ich gehe in das Tageslicht. Nicht ans Handy oder Sonstiges, sondern wirklich Tageslicht. Denn wenn du schläfst, dann baut der Körper ein Müdigkeitshormon auf und zwar Melatonin. Wenn du frühst direkt nach dem Aufstehen ans Tageslicht gehst, ja, durch das Tageslicht wird dieses Melatonin dann abgebaut. Und dadurch fängt dann auch wieder an, der Stopfwechsel zu laufen und du bekommst die Energie. Du signalisierst deinem Körper quasi, dass tagsüber ist und dann fährt er das Energielevel hoch und baut das Melatonin ab. Wenn du frühst direkt ans Handy gehst, Blaulicht, ja, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Im schlimmsten Fall liest du dir dann auch irgendwelche komischen Nachrichten durch. Ich bin die ganze Zeit im Flugmodus, ja. Nachts kann mich niemand wecken. Also mich kann nachts keiner anrufen oder Sonstiges. Mein Handy ist wirklich im Flugmodus, damit ich durchschlafe. Und auch wirklich, also Schlaf, natürlich, das weiß jeder, ist enorm wichtig, wenn du nur ein paar Stunden schläfst, ja. Oder zwischenzeitlich immer geweckt wirst, wenn Nachrichten reinkommen oder Sonstiges, dann merkt man das ja oft am nächsten Tag, dass du nicht so klar denken kannst und nicht so gut funktionierst. Deswegen Handy im Flugmodus nachts, frühs nach dem Aufstehen direkt ins Tageslicht. Und was ich dann als allererstes mache, ist es, ich sage mir wirklich auf, für was ich alles dankbar bin. Generell neigt man ja dazu, immer nur das zu sehen, was man nicht hat, ja. Man sieht dann irgendwie auf Instagram von anderen, hey, der hat dieses Leben, das Leben, das Leben. Dabei sieht man gar nicht, was man selber hat. Das, was du gerade hast, das sind Träume von anderen Menschen. Es gibt Menschen, die träumen davon, ein Dach über dem Kopf zu haben, eine Familie zu haben, etwas zu essen und zu trinken zu haben, ja. Uns Menschen geht es viel zu gut und wir schauen nur das, was wir nicht haben. Und dadurch jagen wir halt auch den ganzen Tag diesen Sachen hinterher, ne. Wir wollen unsere Ziele erreichen, wir sind unzufrieden, etc. Und natürlich geht das immer besser und das ist auch ganz wichtig, Ziele zu haben. Aber das allerwichtigste ist, dass du wirklich dankbar bist, ja, dass du siehst, was du hast. Zum einen gibt es dir ein positives Gefühl, aber zum anderen versetzt es dich auch in die Lage, dass du dich anders fühlst. Wenn du nämlich die ganze Zeit in diesem Mangelzustand bist, ein Ziel nach dem anderen hinterherjagst, so extrem unzufrieden mit deinem Leben bist und gar keinen Bock mehr hast und schnell mit dem Trading Geld verdienen willst, um dein Leben zu verändern und letzten Endes, ja, im Trading kannst du schnell dein Leben verändern, weil es ist so greifbar und deswegen wollen es dann auch die Menschen und jagen dann an den Märkten die ganze Zeit den Sachen hinterher. Sie sehen irgendeine Bewegung an den Märkten und denken sich, hm, wenn ich die mitnehme, dann kann ich ja mein Fremdkapitalkonto bestehen, dann habe ich schnell eine Auszahlung, dann kann ich schnell meinen Job kündigen, etc. Wenn du aber wirklich lernst, mit deiner aktuellen Situation zufrieden zu sein, in der du dich befindest und happy zu sein, glücklich, dass du daran wachsen kannst, dann triffst du auch nicht diese Mangelentscheidungen. Diese ganzen Entscheidungen, die du an den Märkten triffst, dass du irgendwie zu früh einsteigst, irgendwelche Trades realisierst, die gar nicht nach Plan sind, dein Risk Management nicht einhältst, das sind ja alles Entscheidungen, die du aus einem Mangelzustand heraus triffst. Du möchtest irgendwas schnell erreichen und genau diese Entscheidungen, die sorgen dafür, dass du dich eigentlich immer weiter von deinen Zielen entfernst. Klar könnte man denken, ja Tobias, du kannst jetzt gut reden, aber ich sage dir etwas. Ich war mit 16 Jahren, stand ich da und hatte 56.000 Euro Schulden. Mir ging das auch nicht gut. Alles passiert ja aus einem Grund. Und wenn mir irgendetwas passiert, was nicht so geil ist im ersten Moment, dann sehe ich das immer als eine Chance zu wachsen. Beispiel bei den Schulden. Ich war 16 Jahre alt, ich hatte 56.000 Euro Schulden. Wer hat in so einem Alter solche Schulden? Niemand. Das ist für mich das Zeichen gewesen, dass ich für viel größere Dinge bestimmt bin. Und jetzt 56.000 Euro verdiene ich in einem halben Monat. Und damals wurde mir das vom Leben gezeigt. Weil mit 16 Jahren kam ich schon in die Situation, dass ich so einen riesen Schuldenberg hatte. Das ist für mich das Zeichen. Hey Tobias, du bist eigentlich für viel größere Dinge bestimmt. Und so hat es sich letzten Endes auch ergeben. Deswegen bin ich immer dankbar für alles, was kommt und sehe das Ganze immer als eine Chance zu wachsen. Denn denke an eine Sache. Am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Dementsprechend, wir kommen nur in Situationen rein, aus denen wir wieder rauskommen. Keiner ist an irgendetwas zerbrochen. Denk mal an die Vergangenheit. Alles, was dir bisher passiert ist, da kamst du raus. Daran bist du gewachsen. Dadurch bist du besser geworden. Und so ist es hier genauso. Deswegen bin ich immer dankbar für alles. Ich sehe immer das, was ich habe und bin dafür dankbar. Für die einfachen Dinge. Ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen und zu trinken, etc. Damit du auch ein gutes Gefühl bekommst. Und dann bin ich aber auch dankbar für meine Ziele. Und zwar die Ziele, die ich habe, beziehungsweise auch damals, hatte ich natürlich auch das Ziel. In finanzieller Freiheit zu leben, hauptberuflich zu traden. Und was ich schon damals gemacht habe, ist es, nachdem ich mir gesagt habe, für was ich alles dankbar bin, habe ich mir dann auch gesagt, ich bin dankbar, ein erfolgreicher Trader zu sein. Ich bin dankbar, in finanzieller Freiheit zu leben. Ich bin dankbar, ein hauptberuflicher Trader zu sein. Obwohl ich es noch gar nicht war. Obwohl ich voll die Schulden hatte. Aber was dadurch passiert, ist es, am Anfang fühlt sich das vielleicht ein bisschen komisch an. Aber was dann dadurch passiert, ist es, dass wenn du dir das jeden Tag sagst und das Ganze auch wirklich fühlst, ja, so wirklich sagen, ich bin dankbar, dass ich meinen Job gekündigt habe. Und dann fühl mal, wie sich das anfühlt, wenn du dann deinen Job kündigst, wenn du hauptberuflich tradest. Und wenn du dieses Gefühl bekommst, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, dein Unterbewusstsein nimmt das Ganze natürlich auf. Und dadurch, dass du es dir immer wieder sagst, muss es irgendwann zur Realität werden. Weil irgendwann hält es dein Unterbewusstsein nicht mehr aus. Und dementsprechend triffst du dann auch die Entscheidungen eines erfolgreichen Traders. Wenn du dich so fühlst, wie ein erfolgloser Trader, der gerade auf dem Weg ist und es hoffentlich klappt, dann wirst du auch die Entscheidungen von so jemandem treffen. Wenn du dich aber fühlst, wie ein erfolgreicher Trader, der in finanzieller Freiheit lebt, dann triffst du ganz andere Entscheidungen an den Märkten. Denn sei mal ehrlich, wenn du schon deine ganzen Ziele erreicht hast und finanziell frei bist und dann bist du am Traden, dann reagierst du nicht auf jede komische Marktbewegung. Sondern du hältst dich an deinen Plan logischerweise, weil du musst eh kein Geld mehr verdienen, du bist durch. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann triffst du auch die Entscheidungen von jemandem, der das erreicht hat und bekommst dann auch die Ergebnisse. Als ich dann hauptberuflich getradet habe, dann hat mein Trading viel besser funktioniert, als ich die ganze Zeit so in diesem Druck war, immer was wollte. Warum? Weil ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe gesagt, jetzt kann ich entspannt traden. Ganz easy. Dadurch hältst du dich an deinen Plan. Du baust am Markt keinen Mist, weil du hast dein Ziel erreicht. Ja, was willst du noch? Und wenn du dieses Gefühl aber jeden Tag, jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen bekommst, dann triffst du auch die Entscheidungen von so jemandem und dann bleibt nichts anderes übrig, außer deinen Tradingplan einzuhalten. Mir hat das extrem geholfen und das auch dafür verantwortlich, dass ich heute all das erreicht habe, was ich mir damals als Ziele gesetzt habe. Das heißt, das sind so die ersten Dinge, die ich morgens mache. Ich bin noch nicht ans Handy gegangen. Ich habe noch nichts gemacht. Aufstehen, Tageslicht, Dankbarkeit und auch dankbar für die Ziele, die ich erreicht habe. Was ich dann mache, ist es Bewegung. Denn wenn du dich bewegst, dann natürlich läuft die Durchblutung, dein Gehirn wird natürlich auch durchblutet und du kannst viel klare und bessere Entscheidungen am Markt treffen. Bewegung heißt, ich gehe morgens nicht ins Gym, sondern ich tue ein bisschen Seilspringen, mich so ein bisschen aufwärmen, einfach damit die Durchblutung läuft. Was ich dann mache, ist es, ich gehe einfach fünf bis zehn Minuten in die Sonne. Wenn keine Sonne scheint, dann nehme ich Rotlicht. Das heißt, ich setze mich einfach vor die Rotlichtlampe, denn das Rotlicht hat wahnsinnig positive Effekte für deinen Körper. Organe funktionieren dadurch besser, die Hormone laufen dadurch besser und dieses Rotlicht hat all diese positiven Effekte vom Sonnenlicht, nur dass es nicht diese schädlichen Faktoren drin hat. Wenn ich in die Sonne gehe, dann fünf bis zehn Minuten. Dadurch wirst du wirklich wach, dein Körper funktioniert einfach viel, viel besser und du hast einen viel besseren Fokus und bist wirklich klar an den Märkten. Marktanalyse ist gemacht. Ich weiß genau, wo ich traden will, welche Setups ich an den Märkten wo sehen will. Ich zeichne mir dann immer ein, okay, hier möchte ich das traden, da möchte ich das traden. Erst dann wird mein Handy eingeschaltet. Bin morgens nicht am Handy, nicht auf Instagram, WhatsApp, was auch immer. Überhaupt nicht. Sondern erst nachdem alles durch ist, dann gehe ich ans Handy. Beziehungsweise dann mache ich es einfach an. Ich gehe dann nicht auf Instagram oder sonstiges, sondern dann warte ich halt einfach auf meine Trades. Dann habe ich dann so meine erste Trading Session. Was ich auch wirklich jeden Tag mache unter der Woche, ist es zu trainieren. Entweder Boxen oder Krafttraining. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Denn natürlich im Trading allgemein, damit dein Körper funktioniert, brauchst du Bewegung. Brauchst du Sport. Probier das mal aus, dass du eine Woche lang nicht trainierst, nichts machst. Du fühlst dich einfach schlecht. Du fühlst dich, dass du nicht wirklich was machen kannst. Bewegung ist unglaublich wichtig, weil dadurch läuft die Durchblutung im Körper. Dein Gehirn wird durchblutet. Du triffst klare Entscheidungen. Energie wird wirklich freigesetzt und kommt dadurch doppelt zurück. Wenn du müde bist, geh mal ins Gym und trainier mal richtig. Danach bist du fit, danach bist du wach. Und deswegen ist es unglaublich wichtig zu trainieren, deinen Körper fit zu halten, Sport zu machen. Irgendein Ausdauersport, was du möchtest, was dir Spaß macht. Also zum einen hat das unglaublich positive Effekte für den Körper. Zum anderen natürlich bekommst du durch das Training Dopamine, also Glücksgefühle und brauchst sie dadurch nicht mehr von den Märkten. Glücksgefühle im Körper werden freigesetzt durch einen positiven Trade. Vielleicht kennst du das. Du machst einen guten Trade, der geht in TP und das fühlt sich gut an. Du denkst, hey, ich bin jetzt weitergekommen auf meiner Karriere. Ich bin jetzt näher an der Auszahlung etc. Und das fühlt sich einfach gut an. Und diese Glücksgefühle, das Problem bei diesen Glücksgefühlen, das sind Dopamine, ist es, der Körper wird süchtig nach diesen Glücksgefühlen. Wenn du einmal, zweimal einen positiven Trade gemacht hast, dein Unterbewusstsein speichert es sich. Und jedes Mal, wenn du irgendwelche Kerzen oder Märkte siehst, dann assoziiert dein Unterbewusstsein diese Dopamine, also die Glücksgefühle, mit dem Trading. Weil du schon mal diese Glücksgefühle vom Trading bekommen hast. Und deswegen wollen wir auch keine Verluste akzeptieren. Vielleicht kennst du es. Ich bin mir sicher, du kennst es. Man macht ein, zwei, drei Verluste und man kann sie nicht akzeptieren. Man möchte es nicht. Man möchte mit einem guten Gefühl daraus gehen nach dem Trading, nach der Session. Ein gutes Gefühl dabei haben. Das sind die Dopamine, die du brauchst. Das Problem ist, du wirst im Trading die Dopamine nicht jeden Tag bekommen, weil du nicht jeden Tag Geld verdienen wirst. Du wirst Tage haben, da wirst du Geld verlieren. Du wirst Tage haben, diesen Break-Even. Du wirst Gewinntage haben, du wirst Verlustwochen haben. Verlustwochen, Break-Even-Wochen, ja. So, für die meisten Menschen unvorstellbar, aber das ist die Realität im Trading. Wie schaffst du es also, dass du nicht von diesen Glücksgefühlen im Trading abhängig wirst? Ganz einfach. Und zwar, an jedem Tag, an dem du einen Verlust hattest, mit Minus abschließt, dann holst du dir die Glücksgefühle über irgendetwas anderes. Und diese Glücksgefühle bekommt man natürlich durch Sport, die hast du sowieso. Und wenn du jeden Tag unter der Woche, jeden Trading-Tag Sport machst und im Sport schon diese Glücksgefühle bekommst, dann wirst du an den Märkten viel weniger Verlangen nach diesen Glücksgefühlen haben, weil du sie im Sport bekommen hast. Und zusätzlich an einem Verlusttag, dann kannst du dich, ich mache das mittlerweile nicht mehr, weil mich interessieren Verluste nicht, aber am Anfang an jedem Verlusttag, den ich hatte, wo ich nicht diese Glücksgefühle bekommen habe, dann habe ich mir die Glücksgefühle durch etwas anderes gegeben. Ich habe mich belohnt dafür, dass ich mich an meinen Plan gehalten habe. Was habe ich gemacht? Mein Lieblingsgericht gegessen zum Beispiel. Irgendetwas gemacht, was mir ein gutes Gefühl gibt. Das kann zum Beispiel auch am Wochenende sein, dass du dir irgendetwas kaufst. Und das wäre zum Beispiel auch mal eine coole Sache. Wünsch dir mal irgendetwas. Stell dir vor, du willst irgendetwas haben. Und du sagst dir, hey, nur wenn ich mich eine Woche lang, von Montag bis Freitag, an meinen Trading-Plan gehalten habe, komplett an den Plan gehalten habe, eine Woche lang, und dabei wirklich keinen Mist gebaut habe, ich habe mich an mein Risk-Management, an meine Setups und an alles habe ich mich gehalten, dann darf ich mich am Wochenende belohnen und kaufe mir dann irgendeine Sache. Zum Beispiel, stell dir vor, du willst irgendein Parfüm haben, was du gut findest. Anstatt es dir direkt zu kaufen, machst du folgendes. Du sagst, okay, wenn ich mich jetzt eine Woche lang an meinen Trading-Plan gehalten habe, egal wie die Woche abgeschlossen hat, dann belohne ich mich dafür. Automatisch wirst du dich viel leichter an deinen Plan halten können. Weil dieses Kaufen von einer Sache gibt dir auch Dopamine und Glücksgefühle. Verstehst du? Du leitest diese Glücksgefühle um. Du holst sie dir von anderen Sachen, brauchst sie dadurch nicht mehr im Trading und hast dadurch nicht mehr das Verlangen, dich unbedingt ums Verrecken an deinen Plan halten zu müssen. Das mache ich mittags. Nachmittags ist es bei uns meistens so, also wir sind eigentlich so die ganze Zeit am Reisen. Ja, wir waren dieses Jahr in Bali, wir waren in Vietnam auf den Seychellen, wir waren in Istanbul, wir waren in Barcelona, wir waren in Singapur und was weiß ich wo. Und da habe ich immer eine Trading-Session am Tag und die andere freie Trading-Session, da sind wir dann irgendwo unterwegs, dann sind wir was essen, ja, schauen uns irgendwo die Stadt an, wo wir gerade sind, etc., am Pool, Strand, was auch immer. Also ich persönlich trade tatsächlich nur eine Session am Tag. Nur wenn mir mal langweilig ist, dann trade ich noch eine zweite. Aber zwei, drei Stunden am Tag, die reichen vollkommen aus, egal wann, weil es geht nicht darum, je mehr du tradest, desto erfolgreicher wirst du, das stimmt nicht. Und ich mache das Ganze wirklich sehr, sehr Lifestyle-bezogen. Also ich muss nicht jeden Tag traden, beziehungsweise nicht jede Session traden. Also auch so News-Tage, wo irgendwelche wichtigen Wirtschafts-News kommen, das sind diese vier wichtigen News, auf die der ganze Markt eigentlich wartet. Das sind die Non-Farm-Pay-Ross, also Arbeitslosenquote, das ist Bruttoinlandsprodukt, das ist der CPI, also Consumer Price Index und das sind die ganzen Statements, die von der Federal Reserve kommen, also Zinsentscheidungen, etc. Das sind diese vier Tage. Wenn an einem Tag so eine News kommt, dann trade ich nicht, weil die Märkte, die laufen einfach irrational. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich muss es mir nicht antun. Und genau in diesem Zustand, man könnte denken, ja, der Tobias, der kann das jetzt machen, dem geht es ja schon gut, etc. Aber das habe ich schon immer so gemacht. Ich habe mich schon immer so verhalten, schon immer so getradet, wie erst wäre ich hauptberuflich, wie erst hätte ich schon meine Ziele erreicht, zum ersten Punkt zurückzukommen. Dadurch fühlst du dich einfach anders und triffst andere Entscheidungen. Du hast nicht mehr dieses Verlangen danach, immer zu traden und genau in diesem Zustand erreichst du dann auch deine Ziele. Das heißt, die andere Trading-Session sind wir dann unterwegs und abends, was ich dann natürlich immer jeden Tag mache, ist es dann ein Trading-Review, wo ich mir dann meine gesamten Trades anschaue, was habe ich an den Märkten gemacht, um daraus dann auch zu lernen. Das heißt, alle Trades, die speichere ich mir ab, ich schreibe mir alle Auffälligkeiten auf, alle Gegebenheiten, was ich da getradet habe, ob ich Fehler gemacht habe, damit ich dann natürlich am Ende der Woche das Ganze auswerten kann, um dann sehen kann, hey, was habe ich für Fehler gemacht, wie bin ich damit umgegangen. Einfach das nochmal zu recappen, ja, und dann am Ende des Monats eine gesamte Monatsauswertung, um dann meinen Trading-Plan zu verfeinern. Ja, beispielsweise, wenn ich sehe, dass alle meine Trades von 11 Uhr bis 12 Uhr in die Hose gingen, dann weiß ich, hey, im nächsten Monat, ich trade nicht mehr von 11 bis 12, weil die meisten Trades von mir gehen in die Hose, beziehungsweise ich schaue, unter welchen Umständen haben denn die Trades zwischen 11 und 12 Uhr funktioniert. Also, das sind so meine privaten Routinen. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar das Thema Essen und Ernährung, ja, weil das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn du dich nicht richtig ernährst, nicht die richtigen Nährstoffe zu dir nimmst, dann funktioniert dein Körper natürlich nicht. Zum Beispiel Zucker. Zucker ist kompletter Gift für den Körper und für das Gehirn. Also, es gibt unzählige Studien, die nachweisen, dass durch Zucker diese ganzen gängigen Krankheiten kommen, weil dein Körper dadurch einfach nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, ich verzichte komplett auf Zucker, ich brauche kein Zucker und das ganze Zeug. Vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate, vielleicht mal irgendein Dessert, ja, aber ansonsten überhaupt nicht. Kein Zucker, weil das ist Gift für das Gehirn. Dann ernähre ich mich zum Beispiel komplett unverarbeitet, ja. Ich esse überhaupt keine verarbeiteten Produkte, wie zum Beispiel Brot, Gluten, Weizen und so Zeug. Warum? Weil du kannst dich mal auch mit der Thematik Weizen beschäftigen, ja. Das verklebt dir im Gehirn auch einige Sachen und deswegen funktioniert das Gehirn dann auch nicht richtig. Könntest du jetzt denken, ach, das ist Quatsch. Aber ich sage dir, beschäftige dich mal damit, lies dir mal ein paar Studien durch. Ich weiß, es ist natürlich jetzt nicht so ein gängiges Thema und es ist ein Thema, womit sich die wenigsten Leute gerne beschäftigen. Ernährung, weil die meisten denken, ja, ich ernähre mich ja schon gesund, etc. Aber wenn man sich dann mal näher damit beschäftigt, und das mache ich sehr viel, ich beschäftige mich mit diesen Dingen. Bei Gesundheit ist das Allerwichtigste, damit du auch wirklich funktionierst als Trader, damit du auch klare Entscheidungen treffen kannst. Du musst klar im Kopf sein, du musst fit sein, du musst gesund sein, ja. Du musst einfach performen und abliefern können. Weil wenn du das nicht tust, wenn du nicht klar im Kopf bist, wenn du dich nicht konzentrieren kannst, ja, weil du die falschen Nährstoffe zu dir nimmst, die falschen Dinge zu dir nimmst, lass mal wirklich alle verarbeiteten Dinge raus, wie Nudeln, Brot, was weiß ich, alles, was verarbeitet ist. Und du wirst sehen, dass du dich viel, viel besser fühlen wirst, ein ganz anderes Energielevel hast, dadurch an den Märkten auch viel besser performst und dann dadurch auch viel bessere Trades machst. Also das wollte ich noch zu diesem Thema sagen. Und das sind so meine privaten Routinen. Du kannst gerne mal alles davon probieren oder vereinzelte Dinge. Das sind die Sachen, die mir wirklich komplett helfen. Also so viel zu der Thematik. Ich hoffe, dass du daraus etwas lernen konntest. Schreib mir dann, wie gesagt, auch gerne mal auf Instagram, wenn du ein paar Dinge davon implementiert hast, wie sie dir im Trading helfen. Also in diesem Sinne, ich hoffe, dir hat es gefallen und wir hören und sehen uns. Bis dann.